Und Klisch machte mancher Klisch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch machte mancher Klisch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Untertitelung des ZDF, 2020